Erleiter. Das ist wieder am Samstag. Die Fahrer rennt und dann mit neuen Haarenkel. Die Luftabregen. Das war wieder der Wetterzeit. Das steht wieder. Huch. Man geht sie nämlich hoch. Ja. Ja. Das war schon zu weit weg. Er hat man stehen da drauf. Kannst du es sehen? Nichts in einem Ernst. Darf man das nicht machen? Mh. Mach mal. Der muss aber fahren. Weg mit dem, ne? Ach, so schlimm kannst du doch gar nicht fahren. Ich habe schon viel mehr gesehen. Und wie oft bist du schon beklaut worden? Vor uns. In der Gruppe ist eine Beklaut. Man weiß nicht, wie der hier ist. Wir sind versäulich. Haben sie geschubbt. Der eine hat sich getreten. Ja, wie bei Rau-Rau. Man hat alles rausgeguckt und gesagt, wir haben nichts noch. Wir sind nicht so schlimm.